Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und dieser Film handelt von einer so begeisternden Frau, die Leidenschaften umgesetzt hat in die Tat, die sich am Alter nicht stört, die einfach macht und neue Wege sucht und so etwas. Ich werde da einen Film nachher unten verlinken und zwar ist das Monika Fuchs, die, ich glaube mit 77 oder vielleicht auch schon mit 76, kann das im Netz nicht ganz genau rausbekommen, neue Wege gesucht hat, ihre Leidenschaft, Kochen und Gastgeberin zu sein, umzusetzen. Und zwar lehnt sie wildfremde Menschen in ihr Esszimmer ein und bekocht die fürstlich und die Einnahmen, die daraus entstehen, spendet sie einem Kinderkrebshilfswerk. Und da das mal so als Anregung zu nehmen, was kann man machen und wieso ist Alter keine Begrenzung und in diesem Film, aber es gibt auch unglaublich viele Zeitungsartikel darüber, wird deutlich, was da für eine Kraft drin ist und wie sie über ihre Leidenschaften spricht. Und ich denke, da gibt es so viele, die denken, ich hätte da gerne mal einen Kaffee aufgemacht und ich hätte gerne mal dieses gemacht und so und jetzt bin ich zu alt oder so. Und wenn man sich Monika Fuchs anschaut, dann weiß man, man ist nie zu alt, etwas umzusetzen und etwas zu machen. Und diese Mutmacherfrau möchte ich euch nicht vorenthalten und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, eure Ideen dabei zu entwickeln und sage Tschüss.